Hallo liebe Leser von Netzkritzler, Reader's Edition und der Westen. Ihr erwartet jetzt die nächste Folge von heute vor einem Jahr und ich muss euch leider sagen, dies ist die letzte Folge. Hier die Aufnahme von vor einem Jahr. Hallo, das ist die 60's installment of my Newsweek video und die only news this week ist, this is it, it's over, no more looks through my window. The series started in May 2008 and the combined 59 weekly news episodes had a total length of 2 hours, 7 minutes and 16 seconds. For YouTube standards, the reception was average, with a peak of nearly 2,000 views on the ABBA reunion exactly one year ago, but otherwise hovering around the 100 view mark. One episode was banned and removed by YouTube, as some user complained about the visible nipples of Betty Page, the first US spin-up girl of the 50's, which died last year, age 85. But a nipple-free version has been reposted, so please watch Newsweek 50, 2008. I want to thank every single user watching, rating or commenting. It was great fun to produce the weekly news, and I'm presently republishing them in two blogs under the headline Today, One Year Ago. But I will soon be back in YouTube with new ideas, so please stay subscribed or subscribe. And until then, have a great summer. Na ja, ich sage jetzt auch Tschüss, ich hoffe ihr habt dabei etwas Englisch gelernt und vielleicht sehen wir uns ja in vier Jahren wieder, wenn es dann heißt, heute vor fünf Jahren. Tschüss! ennst Okezer 903 906